Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück bei Half Dead mit allen! Moin! Hallo! Hallo! Wir sind genau in der Ecke auf jeden Fall. Wer hat rote Kleidung angehabt? Im Ladebildschirm. Da ist ne Falle, also müssen wir uns hier an... Der liegt jetzt bei mir hier vorne und bei dir liegt er wahrscheinlich wieder drin. Der liegt da hinten. Also müssen wir hier anlang. Da ist Lava. Was hier? Wieso habe ich keinen Ton an? Ich muss mal eben ganz kurz den Ton lauter machen. Ah, schon besser. Okay, es ist nicht da drin und nichts passiert die ganze Zeit und man hat einfach solche Dinge runtergetroffen. Aber jetzt kommen wir doch da durch, oder nicht? Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall hier durch. Hier heult jemand, oder? Ja. Das bin ich. Wie lange hängst du denn hier schon? Schon lang. Wie lange bist du hier? Ich habe die ganzen Zahlen gemacht. Was, ey, das ist ein Boy, oder? Das ist ein Hühnchen. Ja, auf jeden Fall männlicher als du. Kann man den lotsen, dass der in den Raum rein rinnt? Der läuft ja irgendwie an jemanden hinterher. Der läuft immer hinterher. Lauf mal da rein, Junge. Lauf mal da rein. Dann würde ich nicht hingehen. Also der ist safe hier. Ich bin in den safe Raum reingehen. Na klar. Nicht, dass der noch rausflückt, dass es alle töltet. Herr Shepherds? Was? Ich meine, schon noch schnell holen kann. Ja, der ist immer weg. Mach nix. Ey. Hast du wieder auf schwer gestellt eigentlich? Ja. Na klar. Ich schäppere es aber nochmal irgendwo. Nach daneben. Hey, ich laufe noch ein Hühnchen an. Ja, noch ein Hühnchen. Schöne Sache. Aber ich vertraue dem Hühnchen nicht so ganz. Lass die Schuhe? Das ging ziemlich schnell. Ich glaube, da passiert jetzt... Ihr habt doch Schuhe. Warum laufe ich denn da rein? Nee. Nicht safe, nicht safe, nicht safe. Ich will sehen, wie er stirbt. Ach ja, der stirbt ja, ne? Aber brennt. Nein. Freddy. Er brennt. Jetzt. Oh. Nee, er hat noch gedodget, aber jetzt hat er sich... Oh. Oh. Oh, aber er lebt noch. Du bist auch gar nicht bei uns. Na und? Ja, aber und... Wo ist der denn hin? Der läuft ja immer noch in der Ecke rum. Ich mein, wo bist du hin? Ja, mach mal auf hier. Mach mal deine Tür auf. Mach mal auf. Moin! Bei uns ist er tot. Na, bei mir ist er auch tot. Dann komm mal zu uns irgendwie. Ich geh jetzt hier rein. Ich bin hier wieder raus, ich bin hier wieder raus. Oh. Hau rein. Ja, rüber das da drin ist. Wie alt ist das? Ralf, nein! Komm schnell! Der hat die andere Tür schon genommen. 100% Alter, hier ist aber ein Mediator drin. Das ist doch Dortmund! Nein, Ralf! Immer ich! Du hättest dem Ding doch auch einfach entspannt ausweichen können hier. Gut, Ralf ist tot. Ich dachte, das wäre die Tesla-Spule. Tote hört man nicht. Idioten hört man nicht. Bin ich da reingeladen, oder du? Tschüss. Ich wollte eigentlich den anderen Weg gehen, Leute. Andern, den anderen, welchen anderen? Ihr müsst die Räume dann noch testen. Ah, hier geh ich jetzt rein. Mach auf! Geht nicht. Alles klar, safe. Alles gut. Das ist mehr Glück als Verstand, ey. Ich war wahrscheinlich direkt neben dem, neben dem Ziel. Aber wegen euch kommen jetzt wieder Danke raus. Ich mein, es wäre möglich. Warum denn mehr Glück als Verstand? Ich 8 Seiten bitte auch. Weil es so viel Zeit wäre, dass da so genug ist, dass ihr mitrennen könnt. Wenn zu verbrennen? Sind nicht so aus. Wenn sie in den Kopf kommt. Scheintür zu sein. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Liko! Liko komm! Liko komm schnell! Liko komm schnell! Hast du denn schon wieder geholt? Uns hättest du mal reingehen dürfen. Dass haben wir die andere Tür genommen haltest. Aber wir können da jetzt lang, oder? Jetzt können wir doch noch rein. Wir müssen uns erstmal einen Plan machen, wie wir überhaupt vorgehen wollen. Du suchst den Ausgang und lass dir mal hin. Muss denn alles schon wieder hin? Ja. Jetzt hast du's raus. Oh. 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 Lol. Geht einfach durch den Flaschen hervor. Also ich geh da definitiv nicht lang, woher er ist. Dann geh ich hier links. Mach die Tür erstmal wieder auf, bevor du irgendwas machst. Ich glaub hier war ich vorhin. Be your safe. Schau ihn mit den toten Augen an. Und du schielst. Hey, 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 hey. Nichts gegen meine Behinderung. Geh mal lang. Immer der Nase nach. Können zurück zu sein. So. Alles cool. Okay. Gut, dann gehen wir da mit lang. Schieß doch hoch. Ja. Bisschen. Okay, das. Hast du noch einen Schuh, ja? Ja, einen hab ich noch. Was meinst du, wo soll ich? Ja. Ja. Du hast wieder so ein Typ, der irgendwelche Jumptricks macht. Also der hier ist eigentlich safe, so zu sagen, sobald das hier vorbei ist. Was ist der Tesla-Spule oder was? Ja, ja. Da ist er. Dann geh mal zu den Typen. Ja. Mensch, 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 Mensch. Ich bin zu. Nein! Oh! Oh! Ich dachte, die Tür geht nicht zu, ey. Da wär fast für'n Schuh gestorben, ey. So, jetzt müsste das hier safe sein, ne? Ja, aber ich möchte da nicht lang. Ich möchte hier weiter. Tja. Wie soll das gehen? Lauf! Der ist ja noch so'n verrückter. Was hast du vorhin mit denen, Alter? Das Geräusch kam von da. Der eine ist gleich nicht mehr da. Hohuhohoho! Da guckt ich n' auf, Alter! Du hast gescherört! Nahr assistance... Hier is n' Zombie!? Hat jemand noch Boots? Nix kot noch'n Boots! Ich hab' noch'n Boots. Bist du da lang oder was? Ja, schmeiß mal rein. Der Wechselte safe wieder. War sogar safe. es wird zu sein da brauchst du schon jedenfalls kommt mit dem typen aus und er hat da ist nichts Welt Quatsch wenn er auch ausgestimmten wurde hochläuft ist es gehört in der Welt der Typ ist gefährlich es ist nicht ja das wird ich habe noch nicht schon zu heike was ne falle auf zu bellen das wird nicht mehr aufgehen zu sein ja sie klaus auch kommt vor was soll's das typ hallo das nicht gerade kein schuh mehr du hast noch zwei schuhe Oh, Gott. Ralf, du bist tot! Alter, uns verändere Stimme von Tugel, Mann. So, ja, gut. Sieht auch safer aus. Ich würd doch nicht weiter gehen. Ich sah an Anfang safer. Ja, sah es auch. Oh, Gott! Oh, Leute. Oh, komm mal hoch. Okay, in den Raum können wir abhaken. Das ist zurückgehen. Zurückgehen. Hä? Hier ist doch auch noch ein Raum. Jawohl, da gehen wir noch keinen anderen Weg jetzt plötzlich. Kann man dazu gezwungen werden? Los, Reiner jetzt! Nicht, Reiner! Nicht, Reiner! Nein! Er war fast auf drin. Er ist nur gegen die Tür gelaufen. Jo! Ihr habt den Ausgang? Ich hab den Ausgang gefunden, Leute! Jo! Der Ausgang ist bei I-09. Aber ich hätte nicht draufgegangen, da hätte ich auch noch Zeit gehabt. Es tut mir leid. Shit. Hab mich erwischt. Ist egal. Wir können schuhen. Muss irgendwie zurücklaufen. Harry, burn das mal ne Runde. Ja, aber dann hätt ich keinen Safe Weg. Ich burn auch! Ist nicht safe. Ja, wir haben eh nicht genug Zeit. Ja, ich weiß. Deswegen hab ich gesagt, ich hätte immer noch lieber warten sollen. Bei der I-09. Ja. Nach links müssten die eigentlich... Hätt ich es noch geschafft. Leute, da kommt irgendwas runter bei euch. Ja, Bomben. Ja. Oh, RIP. Oh. Scheiße. Wir sind alle tot. Ähm. Das tut mir leid, Leute. Ein Scheiß nutzt du auch noch ein bisschen safe. Ich hab das Ziel gesehen. Bin jetzt beide gerannt. Und so losgespalten. Ah. Hat sich einfach von uns abgespalten. Ja. Frech halt. Einfach weg. Also, ich hab das Ziel gefunden. Ich würde sagen, ihr habt euch abgespalten. Nee. Du bist uns hinterher gegangen. Und dann bist du plötzlich doch einen anderen Weg. Also, hast du dich abgespalten. Ja, ich bin dann... Ich weiß nicht. Ich war in dem Raum, wo Miminen runtergefallen sind. Und ich bin auf der anderen Seite rausgerannt. Du hast ja trotzdem mit Absicht abgespalten. Ich hab sogar noch gesagt, wo ist denn der hin? Ja, ich bin weg. Dann lass uns doch... Dann lass uns doch... Dann lass uns doch mal alle abspalten. Dann gehst du in den ersten Raum, wo der Falle ist. Ach nicht. Das ist wieder so ein Dude. Das ist safe. Ich hab Tür aufgemacht. Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Oh shit! Ich glaub Ronny ist weg. Wir haben direkt zwei Leute. Mindestens zwei. Also, Schuhe sind weg, oder? Oh, ich hab's überlebt! Oh! Ich hab's überlebt! Ich hab mich in den Türrahmen gestellt. Als die Tür offen war. LOL! Hast du noch einen Schuh? Nee. Okay. Alter, ich hab mich hier so hingestellt Marcel. Hier so. Ich hab mich hingestellt. Der Laser ist hier vorbei. Alter, weiter. Oh, die anderen leider verloren. Ja. Jungs. Was ich werfen? Oh, Flammenwerfer! Ihr habt mich noch nicht... Ihr habt mich noch nicht los. Ungarn vergehen nicht. Hier kommt Flammenwerfer. Ich seh ihn. Wenn wir das Ziel finden live, ne? Wir sagen nicht. Leute! 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 Leute, Hilfe! Leute! Wir kommen Stachel aus dem Boden, ey! Leute, wir dürfen... Du darfst nicht rennen! Du darfst nicht rennen bei den Dingen! Hab ich meinen Schuh bekommen? Hast du überlebt? Ja. Ich stand auch im Türrahmen. Danke, ey. Ralf? Der Türrahmen, der saved lives, ey. Ralf ist weg, Mann! Niko ist alleine nach sich gesteckt. So. Du musst ja komm erst mal wieder zu uns. Die Sau, Junge! Da ist der Ausgang! Ich schmeiß ein Boot! Ich bin raus! Is Boots are made for walking? Ey, momentan kommen die Fallen gefühlt irgendwie erst nachträglich. Das sind ziemlich fiese Fallen, ey. Ich wäre von unten penetriert worden, aber richtig. Hi Ralf! Hi! Da schielt er mich an, ey! Ihr habt Schuhe! Niko hat keine mehr! Ich auch nicht! Oh, komm! Ich bin der Kopf! Ich schmeiße! Ich schmeiße! Ich hab schon! Okay, okay! Geh rein! Niko, lebst du noch? Alles safe! Alles cool! Ich hab ja immer noch nen Schuh! Nee, ich hab in den ersten beiden Rollen, so meine beiden Schuhe! Flammenwerfer! Flammenwerfer! Du wirst hier dabei! Heiß Leben, ne? Jetzt hab ich keinen Schuh mehr! Okay, mal dank der, wo der Flammenwerfer war? Ja, würd ich sagen, oder? Ist ja direkt ein Schuh hin! Steht da drin! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin hier! Da hat's gescheppert! Oh, das Alter, da ist einfach was! Ich muss meinen Funo wiederholen! Dann komm ich! Ich bin drin! Du hier einfach reinläufst, ey! Der Flammenwerfer war da eben hier! Ja, aber der Flammenwerfer ist nur einer vom möglichen Fallen! Oh, da war ne Falle in dem Raum, Alter! Flammenwerfer! Kannst du den nicht sehen, ey? Haha! Wir haben doch ganz langsam oben runtergefahren! Ich hab ihn doch gesehen! Es war alles cool! Ja, aber erst nachdem er schon unten war! Das ist doch unwichtig! Wir gehen wieder in den Flammenwerfer weg! Okay! Dann musst du trotzdem erst so einen Schuh reinwerfen! Des Feuers! Ich schmeiße mein Boot, ey! Mein Boot! Hast du den Schuh grad wirklich gegen den anderen geschmissen? War nicht mein Schuh! Ja! Wir safe! Okay! Nein! Also Ventilator, okay! Wir haben nur noch einen, oder was? Ich hab' noch zwei! Ich hab' auch noch einen! 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 Aber wir haben es eh nicht mitbekommen! Er hat sich einfach von uns abgespalten und dann weg ist er! Raus! Raus! Der Raum ist safe! Ja! Das ging grade erst los, wo drei Leute drin waren, ey! Was sind Adrenalin in dieser Runde? Ich mein' ich wurd schon fast aufgespießt! Ich bin auch fast vom Laser weggemacht worden! Ja! Wieso wich ich hier eigentlich vor? Wo wollen wir jetzt überhaupt lang? Macht mir jemand nen Spruch? Nee egal! Richtigen Weg! Ja, wo der Ausgang ist, ey! Ich mach' jetzt hier nen Boot! Einen Boot, hab' ich gesagt! Jo! Ich hab' aber im Moment schon geworfen! Ach so! Okay! Ich will mein' Schuh ja wiederholen! Ich auch! Nice! Hier vorne! Okay! Wollen wir nicht hier weitergehen? Ja, hier ist safe, ja! In den Filmen gab's ja auch Fallen, die erst bei drei bis vier Leuten losgingen, ne? In den Filmen konnte man ja auch nach oben und nach unten! In den Filmen konnte man ja auch schubsen! Nö! Geh' mal hier lang, oder was? Hier ist das! Also ich hab' hier nen Schuh reingeworfen, hier ist nichts passiert! Lass es mit Ture seinen Schuh wiederholen! Ich hab' meinen Schuh schon, da ist auch nichts passiert! Oh! Ich hab' keinen mehr! Was denn? Ich hab' keine Ahnung, hier ist irgendwas passiert! Nach rechts braucht ihr da nicht gehen! Da ist der Schuh-Friedhof! Da ist der Schuh-Friedhof! Da ist der Schuh-Friedhof! Tesla, oder was? Ja! Na, die geht hier irgendwann raus! Was ist hier gerade durch? Ja, aber das Gitter geht nicht weg, oder? Das Gitter geht nicht weg, ne, ne! Das Gitter geht nicht weg, ne, ne! Das Gitter geht weg! Das Gitter geht weg! Und was ist hier längst? Sieht aus wie der andere Raum! Ja! Kann ich auch sagen! Hier haben wir noch nen Schuh? Geh' mal die Flammenwerfe weg! Johnny hat noch zwei! Ja, du bist der Boss, Alter! Du bist da mit den Schuhen! Ich bin der Bravo! Wollen wir sehen, was wir jetzt da rein! Wenn das Ding trotzdem irgendwann mal zugeht, ne! Okay! Bleib' mir einfach auf Kurs! Okay, jetzt kommen wir hier langsam zu ner Ecke! Da ist einer! Hat die mal ne Erinnerung, Alter? Wo wir gestartet und welche Räume wir schon gemacht haben? Ne! Wozu denn? Wo bleibt denn da der Spaß? Flammenwerfer! Was geht eigentlich, wenn man direkt hier in der Tür stehen bleibt? Ne, ist das weggeschoben! Ist das weggeschoben! Ist das weggeschoben! Ist das weggeschoben! Wenn der Flammenwerfer weg lag? Ja, hat man den Flammenwerfer weg! Du bist der Boss, Mann! Also wir sind schonmal auf jeden Fall an der Kante! Okay! Schade, dass ich ihm nicht seinen Schuh klauen kann, ey! Wenn der in der Tür ist, dann ist das weggeschoben! Wenn der jetzt irgendwo mehr in die Lade gekommen wäre, könnte man Ronny eigentlich versperren, dass er nicht durchkommt! Ja, weil wir uns hier drinnen einfach vorstellen, ey! Ne, man kann durch Leute durchlaufen! Ne, man läuft nur drüber! Hier ist ein Dude! Das ist doch auch meist safe! Warte, wo war's wollen, so? Ja, ist safe! Nein, komm! Was ist hier? Du musst jetzt den Rand davor aufmachen, oder? Ja, bin ich gerade dabei, ja! Ja, der schon! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Ne! Ziel, Ziel! Kein zu, kein zu, nein! Boah, ich wundere mich doch! Wieso fliegt der Typ auf einmal ein typisches Tier? Und dann ist der von nebenher umgefallen, ey! Oh Gott! Bis zur nächsten Folge! Oh Leute, haut rein! Bis zur nächsten Folge! Tschüss, ey! Ciao!